So, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen, mal sagen, Ankündigungsvideo. Ihr seht es ja hier im Hintergrund schon laufen. Das ist das neue, ja, Multiplayer-Spiel Ark Survivor Evolved. Das ist jetzt seit ein paar Tagen draußen. Ich habe das Spiel selbst noch nicht, habe mir aber da so einiges angeguckt und das sieht also schon wahnsinnig interessant und spannend aus. Und wer sich davon jetzt mal einen Eindruck verschaffen möchte und sich das mal anschauen möchte, am Samstagmorgen, also Samstag, den 6. Juni, ab 14 Uhr, wird es davon einen 24-Stunden-Lifestream geben. Und zwar nicht von mir, weil ich das Spiel wie gesagt noch nicht habe, aber ich werde da auf jeden Fall zuschauen. Von dem Horus, den die meisten von euch sicherlich kennen. Und von dem Datacron. Und jeder von euch weiß, es gibt so super Livestream-Teams, das sind einmal natürlich der Oisterpropper und ich. Und danach folgen aber mindestens danach gleich direkt Horus und Datacron. Also ich denke, das lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Am 6.6., also morgen, am Samstag, ab 14 Uhr, 24 Stunden. Das wird bestimmt spaßig. Auf Twitch, die Kanäle zu denen, oder die Links zu den Kanälen werde ich unten nochmal in die Beschreibung schreiben. Und schaut euch das Spiel mal an. Das sieht wirklich vielversprechend aus. Und jeder, der Horus und Datacron kennt, weiß, dass das sicherlich eine spaßige Veranstaltung wird. Ja, mehr gibt es dazu an, hier zu sagen. Ich meine, die Grafik von dem Spiel ist einfach der Hammer. Ich werde mir das vielleicht eventuell auch kaufen. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ich wollte noch wahren, bis die Performance da ein bisschen verbessert ist. Aber das soll angeblich schon wirklich super sein. Aber jetzt will ich gar nicht weiter lang schnacken. Wenn euch das interessiert, morgen, ab 14 Uhr, 24 Stunden Stream mit Horus und Datacron. Links in der Beschreibung. Guckt euch das ruhig mal an. Ich werde es mir auf jeden Fall auch anschauen, ab morgen Abend. Und ich bin mal gespannt, wie das wird. So, mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen. Kommt vorbei. Und bis dahin. Haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020